Din dirin 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 Pia wäscht sich unter der Dusche. Die Kinder waschen sich. Er zieht sich an. Sie zieht sich an. Die Kinder zielen sich an. Beeilt euch, sonst verspätet ihr euch. Ja, Mama, wir beeilen uns, mach dir keine Sorgen. Paul, komm frühstücken. Ich werde heute nicht frühstücken. Ich schaffe es nicht. Ich muss mich beeilen. Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Um 8 Uhr treffe ich mich mit meinem potenziellen Arbeitgeber. Paul fährt los. Er verspätet sich. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Ich heiße Paul Memminger. Ich heiße Axel Steinbach. Ich bin ihr zukünftiger Arbeitgeber. Das freut mich sehr. Sie unterhalten sich zwei Stunden lang. Oh, es ist schon 10 Uhr. Wir müssen uns beeilen. Ich habe noch ein Vorstellungsgespräch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Paul fährt nach Hause. Er kommt nach Hause. Er zieht sich um. Er setzt sich. Er entspannt sich. Drei Stunden später. Er unterhält sich mit jemandem. Wer war das? Das war Axel. Ich habe einen neuen Job. Ich wundere mich nicht. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch sehr. Pia beschäftigt sich mit dem Abendessen. Die Kinder spielen. Paul langweilt sich. alle essen zusammen zu Abend. Es ist spät. Sie gehen schlafen. Sie schlafen. Paul zieht sich aus. Paul zieht sich aus. Alle schlafen ein. Schlafen. 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 Schlafen.